So, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beat the Boss 3 Let's zock mit dem Epdroid 21 oder eher gesagt Epdroid oder Epdroidin weil wir waren hier diese ganzen Missionen mussten wir da jetzt so machen weil Baum genau diese Lachen die kann wieder frei rubbeln so, gerade ist nochmal vier Herzen schon mal nicht schlecht das ist nicht schlecht na toll dann wäre das hier bestimmt dieses Teil oder das eins und den beiden hm tja aber viel war da jetzt nicht schade schade wo haben wir da f2 ich weiß nicht ob man die anders nennt tja das soll wieder erleben und dann abschießen und dann abschießen Fünf von sieben. Das war das sechste Mal. Wenn ich den jetzt tot hab, hab ich die Missung geschafft. So. Fertig. So, es gibt wieder... Was war denn das jetzt? Ich will ihn mal angucken. Ach so, das sah aus wie Kick the Boss gerade. So was ähnliches. Trap Titan. Das war immer nett. Da draußen ist ziemlicher Sturm heute. Was brauchte ich noch für eine Mission? M4A1 Submod. M4A1 Submod. Da. 3.700 Genau. Die andere, die hat auch 3.700 gekostet. Aber ich spiele mit den scharfen Soßen weiter, denke ich. Die geben immer noch mehr Geld. Ja. Wenn er tot ist, ne? Was hab ich denn da jetzt für eine Mission dazu? Oh, tötet den Boss 40 Mal. Okay. Hk 417. Ich glaub, die hat doch genauso viel gekostet, ne? Hk 417. Hk 417. Genau. Ja, genau. Ich weiß nur nicht, welche ich mir als erstes holen soll. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und ein Kügelchen. Oh, Weizen. Ich hab mich letztes Mal schon gefragt, warum ich so oft keine Kugeln mehr gekriegt hab. Und jetzt krieg ich Kugeln. Ich glaub, am meisten würde ich Kugeln kriegen, wenn... Ähm, warte. Boah. Wenn ich den Kartoffelwerfer nehme. Das soll auch gar nicht so... Ähm, schlecht sein. Wie immer. Gegen die Wand und... Gegen den Boss gibt's hier... Kartoffel... Geschnützte Kartoffelhälften. Aber ich glaub, dass... Das muss... Ich weiß jetzt gar nicht... Da, genau. Einmal an die Decke, dann an die Wand. Und... Und, ähm... Dann auf den Boss drauf. Genau. Boom, boom. Okay, ich mach jetzt erst mal so ein paar Gratis-Werbungen wieder. Wo ich Geld kriege für. Weil... Ich brauch das. Ich brauch ne ganze Menge Geld. Ich weiß nur, ich glaube, es geht hier. Ich weiß nicht, wie geht. Ich weiß nicht, wie es in der ganzen Sophie ist. Aber... Wie kann ich einsehnter Rufe? Ähm. Und ja. Oh. Immer schön ballern. Egal ob er lebt oder nicht, einfach nur drauf. Jetzt noch mal versuchen ob ich die gratis... Obala. Ne. Gut. Puh, jetzt weiß ich nicht wie viele Minuten schon vergangen sind. Aber ich glaube die Folge ist jetzt auch schon rum. Die 10 Minuten. Das ist der perfekte Zeitpunkt um zu sagen Dankeschön fürs Zuschauen bei dieser Folge. Abonnieren bitte. Liken wenn euchs gefallen hat. Wenn euchs nicht gefallen hat. Nicht disliken. Bitte. Und alles was euch so einfällt. Was ihr machen könnt, dass ich bekannter werde. Dass ich mehr Abonnenten kriege. Könnt ihr ja machen wenn ihr wollt. Freunde sagen, dass sie mich abonnieren sollen. Und hiermit sage ich dann mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Elptroid 21. Euer Elptroid 21. Euer Elptroid 21. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt auf euch. Vielen Dank.